Oh, gibst du mich jetzt? Oh. Wer ist beste Freunde, du nicht? Wahrscheinlich nicht, ne? Wirst du Korotten haben? Ne. Verstehe, du bist ein Apfel-Mensch. Du bist nicht mein Pferd. Du bist auch nicht mein Pferd, noch nicht. Du wirst mein sein, ich verspreche es dir. Wenn ich wiederkomme und dann einen Apfel habe, dann kriegst du jeden Apfel, den ich finde. Glaub mir. Bis ich die bekomme, weil ich will dich haben, unbedingt. Bin ich weg. Würde dich gerne einbuddeln, aber ich glaube, das wäre nicht so cool. Weil ich könnte es tun. Kennen wir nicht so cool. Da ist ein Apfel, da ist ein Apfel. Nein, da ist ein Baum. Der vielleicht einen Apfel hat für mich. Das wäre cool. Ey, Baum, gib einen Apfel her. Ich brauche die. Ich brauche Apfel. Ich brauche den Apfel her. Oh, und für mein Pferd. Warte, die haben vielleicht auch Apfel. Äpfel. Äpfel für einen Abwanderer. Und sei noch nicht ihm gehörendes Pferd, bitte. Petition, gib dem Pony sein Pony. Hallo. Oh, boy. Oh, hallo. Okay. Da will ich runter. Oh, unzustehen. Der will möglich. Sehr cool. Passt. Was ist das hier überhaupt? Ach, das ist einfach Erde? Toll. Ich glaube, ich kriege mein weißes Pony nicht mehr. Ich glaube, es ist längst weg. Egal. Hi, du. Hi. Die Äpfel, die ich klauen kann. Ah. Oh, warte. Kann ich mal ein Ding aber reden hier? Das sieht doch keiner, oder? Wenn ich das Ding kurz mitnehme. Danke. Ich habe die Schmiede. Dankeschön. Katze. Das ist meine Emma. Oh, mein Gott. Du bist Emma. Hi, Emma. Wenn ich abhauen, ich liebe dich. Oh, noch eine Katze. Abzuwehren. Oh, hi. Oh, Bücher. Und Buchständer. Meiner. Ich raube sie nicht aus. Ich... Muss mich hinlegen. Ist im Bett irgendwo? Oh, da ist ein Bett. Ja, gut. Da hat ein Kind. Das ist mir egal. Passt schon. Hi. Du hast ein Kind. Ich will nie ausrauben. Nein, du hast das Gutes. Ach, du hast eh nichts mehr ausrauben. Von daher passt das schon. Ciao. Oh. Ist der abgeschlossen oder was? Karte. Stehen da oben. Oh, brauche ich nicht. Papier nehme ich dafür gerne. Ich fühle mich manchmal schlecht, dass ich die Leute hier ausraube. Aber ich nehme mir so, ich brauche das mehr als die. Die haben eine funktionierende Farm. Ich nicht. Brauche das mehr als die. Ich nehme mir alles mit. Ich nehme nur ein paar Sachen mit. Andere will auch die Kisten und so mitnehmen. Die brauche ich ja nicht. Ich habe ja genug. Oh, das Haus sieht wirklich aus. Jackpot, 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 Jackpot. Ah. Hm. Oh. Ein eher trauriges Haus. Au. Trauriges Haus. Hi, ihr beiden. Süß. Süß. Oh. Was ist denn hier? Das bist du. Komposter. Oh, cool. Was bist du? Ich kenne es nicht. Ich gebe es mit. Ihr habt es, also muss es gut sein. Oh, das muss ich abbauen. Das muss ich so abbauen. Am Lava. Und am Sattel. Oh. Der Sattel. Mein Pferdchen. Ich werde mein Pferdchen noch kriegen. Hi, 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 hi. Haben wir noch jemanden, den ich handeln kann vielleicht hier irgendwo? So ein ganz schön trauriges. Ach, haha. Noch ein Haus. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist ganz schön eine einsame Stadt. Eine traurige Stadt irgendwie. Aber jetzt. Hm. Ich glaube, hier war ich schon. Ich habe den Verdacht, dass ich hier schon war. Lass mal die handeln, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Die handeln? Nein. Ähm. Spannend. Und da ist das Steingohle. Hi, du bist doch ein Handler, oder? Können wir die handeln? Ja. Oh, was hast du? Verbrennung, Rückstoß? Ich habe noch keinen drei Diamanten. Hm. Das andere war es, das war nicht nützlich, oder? Das andere war eine Eisenachse. Ja, nee, danke. Warte, du ruckstuhst. Klingt cool eigentlich. Sag mal, gehst du weg von mir? Geh weg. Hi. Ich habe, ich habe, ich respektive, dass ich es nicht angreifen möchte, deswegen. Ich will raus. Weil ich weiß, du kannst angreifen, dass man... Ah, hier, bitte schon. Ich habe geworfen. Geh Rabatt. Kriege ich Rabatt auf deine unsilligen Preise? Ne, anscheinend nicht. Okay. War ich hier schon drinnen? Glaube nicht. Hm, habe ich noch nichts. Schade. Ein gutes Haus, das muss ich mir lassen, aber... Nix für mich. Sieht aber schön aus hier aus. Sieht schön aus. Katze. Hat was. Die Schlucht ist sehr interessant hier. Oh, das ist noch ein Haus. Äh, da. Da bin ich über. Das ist spannend, wie sie die Schlucht hier in das Dorf mit eingebaut haben, so gesehen. Richtig sehr interessant. Hallo. Hi, Buddy. Was ist du denn da? Also den habe ich schon, oder? Ich bin müde. Oh, mit dir kann ich... Oh, mit dir kann ich handeln. Ich habe zu Kohle für einen Gem. Oh. Ich könnte dir Kohle holen. Ich weiß, welche es gibt. Ich merke es mir mal. Aber erstmal gehe ich zurück in meine eigene Heimat und gehe da ein bisschen in die Höhlen rein, würde ich sagen. Wenn ich noch weiß, wie ich in meine eigene Heimat komme. Ja. Da sind die Kübisse. Das heißt, ich muss hier lang. Okay. Die brauche ich euch jetzt nicht mehr, glaube ich. Nö. Ich habe keine Energie mehr. So viel. Wollte ich essen dabei? Ich habe Brot. Stimmt, ja. Ich habe Brot. Ich finde es spannend, dass der Golem nicht dagegen tut, dass du klaust. Ich meine, man weiß, der will das Dorf beschützen. Aber warum bestraft er keine Diebe? Die aktiv dem Dorf schaden. Das ist ja so. Passiert. Kann ich nichts machen. Der ist schon weg. So. Können wir nicht so ein bisschen nachdrangend sein? Hallo, Esel. Hallo. Aber ich will nicht dich haben. Ich will mal ein weißes Pferd haben. Dass sie irgendwo chillen muss noch. Wenn es mich liebt. Es liebt mich. Ich habe auf mich gewartet. Warte, ich habe einen Sattel für dich. Warte, komm her. Ich habe was für dich. Ich habe einen Sattel für dich, damit wir Freunde sein können. Für immer und ewig. Hier. Yes! Ich habe ein Pferd. Juhu! Oh, jetzt kann ich... Kann mein Pferd nicht schwimmen oder was? Mein Pferd kann, glaube ich, nicht schwimmen. Soweit. Ich dachte, der Pferd könnte nicht schwimmen. Oh, mein Pferd kann mal springen. Was? Wie solltest du das wissen können? Da oben sind Bienen. Aha, Bienen. Da ist das Bienen-Ding. Brrr, Nessi. Brrr. 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 Oh. Das ist doch gar nicht voll. Ihr guckt uns mal die Gegend an, ne? Ich weiß, wo ich hin muss. Da ist nix. Da könnte eine Wüste sein, sehe ich gerade. Ja, das scheint nämlich zu sein. Okay. Hier sind meine Pferde. Das ist cool. Das ist cool. Also, das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Vielen Dank.